Hallo Leute, habt ihr Spaß? Das ist richtig Ethan, der See ist zugefroren. Aber natürlich, das ist die perfekte Zeit, um Hockey zu spielen und Farben zu lernen. Vorsicht Leute, es ist sehr rutschig da. Okay, was haben wir hier? Großartig, rote Helme für die Sicherheit. Was kommt noch? Rote Schläger und bunte Pucks. Wir sind bereit zum Spielen. Fangen wir mit dem roten Tor an. Kleiner Ethan, welcher von den Pucks hat die gleiche Farbe wie das rote Tor? Tor, gut gemacht, kleiner Ethan. Als nächstes das blaue Tor. Gleiche Frage Ethan, welcher hat die gleiche Farbe? Toll gemacht, Ethan. Und zum Schluss das grüne Tor. Perfekt, kleiner Ethan. Da sind noch jede Menge andere Pucks. Lasst uns noch ein paar Tore schießen. Da sind noch ein paar Tore. Wow, ihr seid richtige Hockey-Spieler! Viel Spaß noch! Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns! Hallo Ethan, wie geht es dir heute? Hast du Lust Farben zu lernen und Ballons platzen zu lassen? Großartig, dann fangen wir an! Lass uns Pfeil und Bogen benutzen, um die Ballons platzen zu lassen! Grün! Zielen! Feuer! Guter Schuss, Ethan! Gelb! Gut gemacht! Racht. 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 Rot. Ah. Oh-oh, ist schon gut, Ethan. Versuch es noch einmal. Fantastisch, Ethan. Ah, blau. Sehr schön. Toll gemacht, Ethan. Wir haben heute so viele Farben gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Grün. Gelb. Rot. Blau. Wir hatten heute so viel Spaß. Und du warst toll mit Pfeil und Bogen. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns.